Dieser schicke und doch äußerst praktische Ford Custom Kombi-Trend könnt ihr schon bald vor ihrer Tür stellen. Herzlich Willkommen im Autohaus Wiesmann. Der Euro 6D Temp-Motor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Doppelflügeltüren hinten und eine Schiebetür rechts erleichtern den Einstieg. Insgesamt finden in dem Wagen 8 Personen Platz. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Vordersitze bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. Die Klappfenster unterstützen die Belüftung im Wagen sehr gut. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Custom schützt Sie rundum mit Airbags, ABS, ESP und Nebelhandel vorne. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch ein Bluetooth-Freisprecher vom Typ Sync 3. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken und dennoch so unglaublich praktischen Ford Custom Kombi Trend und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie einfach Probe. Das Team von Wismann freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Vielen Dank.